wir starten jetzt kommen zum wahrscheinlich letzten mal auf diesem kanal ja ich bin der weile auf meinem eigenen kanal unterwegs wie ihr seht und mich würde es freuen wenn ihr mal vorbeischaut meinetwegen könnt ihr auch den kanal deabonnieren also den bisschen gaming kanal wenn ihr den kanal wegen mir geguckt habt wäre nett wenn ihr vorbeischaut wie ihr seht habe ich bald die 300 voll ja denke das war es dann noch mal ich wollte euch nur kurz informieren warum so lange zeit kein video kam auf dem kanal liegt einfach daran dass wir irgendwie aufgehört haben videos zu drehen dass ich einen eigenen kanal erstellt habe das war es dann auch schon tschüss